Diese Grünen, was wollen die eigentlich? Wo kommt dieses Gesindel denn auf einmal her? Was? Das sind doch alles alte Bolschewiken? Früher waren es Terroristen, jetzt sind es Terroristen mit Pensionsanspruch, dieser Trittin, Pol Pot, Idi Amin, dann dieser Hans-Olaf Henkel, der Fischer, das ist doch, man muss doch mal ganz ehrlich sagen, was wollen die? Die hatten früher bei ihren Parteitagen oder wie man das nennen sollte, da haben sie immer, da haben welche gestrickt, hat irgendjemand mal gesehen, dass so ein Pullover fertig geworden ist? Ja, jetzt kommen sie und sagen, eh, 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 Eh Heck, eh Heck, ich meine, es sind doch genügend Gurken verhaftet worden, was soll denn das? Die setzen sich auf jede Krise drauf, breitartig, und da sagen sie, ja, wir retten die, gar nichts machen die. Nichts. Die können doch gar nichts. Was wollen die, diese Grünen?